so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rome total war 2 mit den spartanern und ja unsere doch sehr gut ausgerüstete veteran armee spartes furz wird jetzt den neuling die sperrläufer ein bisschen einheizen 3.500 wir haben die 3000 also wir haben ein bisschen mehr der hat halt nur die die türme die auch sehr effektiv sind und zum klick ein bisschen genervt also schon schon ein bisschen her dass die genervt wurden aber war auf jeden fall mal nötig aber trotzdem sind die immer noch stark also ich greife natürlich wieder von allen seiten an wobei von das ist in diesem gefühlten ein bisschen weiter weg oder ist wahrscheinlich genau so nach gut die ganzen fernkämpfer kommen in die mitte der general kommt auch hierhin die kommen hierhin äh nein warte die drei hier die drei hier zwei hier und einer nach der triebend gut dann jetzt erst mal so aufstellen dass mich die nicht treffen so und dann ja wie gewohnt hier die pekiniere aufstellen beziehungsweise hier dann auch noch die europäten und seitlich hier die mauern einreißen ja dann sehr schnell in richtung türme gehen anders geht es eigentlich nicht anders wird es nicht funktionieren ja den kann ich schon beballern oder eigentlich schon okay gut dann gehen die mal ich hier vor die gehen ich hier so hin die gehen hier hin die gehen da hin die gehen da hin weil hier 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 da und da da und da hier 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 stellt euch hier jetzt mal hin hier 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 stellt euch mal ein bisschen anlass hin hier könnt ihr ja schon mal ein bisschen anlass hin angreifen gut schon mal gut die bauern sind durchbrachen kommt jetzt auch da rein der kann auch da rein noch ein bisschen sehr gut das funktioniert doch ein uhrwerk das war jetzt voll unnötig die brauchen hier hilfe der turm ist jetzt auch unser wer bleibt hier die kommen her die greifen hier an der general wir brauchen uns nicht mal hier ok du kannst auch mal her du kannst mal hier helfen du kannst da helfen du kannst mal die holen die reichweite ist schon gut genug aber bitte schnell general du push mal den jetzt auch noch mal noch mal einfach alles wird gepusht hier das macht so viel spaß mit so einem richtig genialen general oder guten general halt so die sind jetzt auch weg so ja das war es dann auch ja war doch ganz ganz gut war doch hier ganz gut ja ich fahre noch ein bisschen fort die dürfen wir noch mal ein bisschen schießen mal schauen ob die noch hinterher kommen doch 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 ja eine salve noch ja eine salve noch ja ok 300 verluste und der hat 250 gekillt also knapp über 50 äh ja haben die türme gekillt ich habe 1.500 1.800 und 2.000 hatte er verloren also war es auch wieder so also seine türme haben 50 von mir gekillt und meine türme haben dann 200 von ihm gekillt aber das war auch der unterschied dass ich sehr früh an die türme kam und eigentlich fast also 3 konnten von Anfang an auf diese auf diese Masse in der Mitte schießen also war schon war schon war schon äh sehr erfolgreich so hier brauche ich nur noch 2 Runden das mit der Heilung ist auch krass also nur noch 2 Runden bis das vollständig dann geheilt ist da schon wieder verwundet dann verwunden wir die mal auch doch nicht okay so dann schauen wir mal du hast das da du heißt dich du gehst mal hier hin du gehst mal hier hin vor den Toren und provoziert mal ein bisschen okay du machst nichts ihr macht auch nichts ähm ihr macht auch nichts und Athys Nysa Athys Nysa ahhhh jaja doch ich habe mich voll vergessen entschuldigung ähm genau ihr geht mal nach da dann hier und dann da wobei da kümmert sich Pergamon gerade schon drüber oder drum ähhhh ja dann noch die dann noch die beiden und dann noch äh der ähm der Osten oder was das mhm das äh das war's dann krass ein weiser Mann hilft seinen Freunden in Zeiten der Not ja 2000 ist ja nichts für mich darfst du gerne machen Hinterhalt süß haben die einfachen Hinterhalt für die halbtote Armee von den Feinden äh gemacht schon frech okay erst Frieden anbieten und dann angreifen okay wir haben wieder 3000 gegen 2828 das sind 56 5600 äh 5600 äh 5600 760 irgendwie so ah das sind ich hab ja das sind auch wieder die die einfachen der einfachen so das sind die Anfangsdinger gut dann ähm ja machen wir mal die äh tolle strategie der durchaus fegen spartaner und zwar wir bunkern uns ein hier noch einer hat der hat der cavallerie weiß ich gerade gar nicht ich mach es mal ein bisschen bisschen kleiner hier na komm spartaner zu euren diensten spartaner ja irgendwie so es nähert sich feindliche unterstützung steinschleiderer 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 japaner ja dann fang mal an ne ja dann fang mal an ja dann fang mal an Genau, holt euch die Fernkämpfer. Tja, tut mir leid, aber ihr kommt hier nicht rein. Haben sie aber versucht. Haben sie aber versucht. Aber schon mal clever von ihm, dass er nicht komplett auf die Pekingiere geht und neu aufstehen. Und dann kommt hier auf die Pekingiere. Und dann kommt hier auf die Pekingiere. Und dann kommt hier auf die Pekingiere. Ja, das ist ein bisschen weit hier. Aber ich muss halt schauen, dass ich da hinkomme irgendwie. Aber er versucht es wirklich, das ist echt cool. Also er versucht wirklich an die Bogenschützen oder an die Fernkämpfer zu kommen. Das finde ich mega gut. Da versucht immer durchzudringen. Das ist mal endlich clever hier. Warte mal, dann mache ich euch mal auch breit, sodass ihr das Ziel nicht mehr durchbrechen kann. Okay. Aber solange wir hier Kavallerie haben, kann ich hier auch nicht gut aufmachen. Wobei, jetzt langsam kann ich hier öffnen. Jetzt glaube ich, kann ich schon öffnen. Jetzt mache ich mal auf hier. So. So. Dann öffne ich mal hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bereit zum Einsatz. Geschossinfanterie. Reicht zu eurem Dienst. Pferde. Sparta. Steil. General. Ich erwarte eure Befehle. Sparta. Die Pferde sind jetzt... Ah, hier sind die selten. Nein. Was machen die? Flügel bereit. Flügel bereit. Flüst euch. Rückt auf Flügel. Rett ihr Verfluchten. So. Dann geht ihr mal hier rein. Und ihr kümmert euch mal hier rum. Hier geht weiter außen rum. So. Hm. Gut. Hat ja... Super funktioniert. BerDonald. Die Schlacht endet sich zu unseren Bunsten. Ja, aber eure Befehle. So. Äh, ich geh mal lieber hier hin. Weil die da... einer unserer Einheiten abschuldet. haben wir schon fertig so doch doch das war durchaus erfolgreich aber die KI hat sich ja endlich mal ein bisschen besser angestellt da hat er wirklich versucht gegen meine gegen meine ähm äh fernkämpfer anzugehen mit seiner Kavallerie mega gut mega gut 3.000 äh aufgestellt 400 verloren 5.700 aufgestellt 4.600 verloren puh ach was glauben wir mal das haben ja eh die das haben ja eh die äh die ganze Zeit gemacht ok ähm das machen wir nächste Runde äh danke fürs Zuschauen und ich äh ja hoffe ihr hattet einen schönen Tag habt einen schönen Tag werdet einen schönen Tag gehabt haben und wir sehen uns das nächste Mal weiter bis zum nächsten Mal um los le god bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020